Musik Am 11.11., das hatten wir bereits, das könnte was werden mit den Kreuzberger Nächten, denn die sind ganz schön lang, die Gebrüder Blötschuss. Ich sitz schon seit einer Stunde ziemlich dumm, allein um meinen kleinen Tisch herum, ich trinke schnell, obwohl ich's nicht vertrag, weil ich weder volle noch leere Gläser mag. Da plötzlich sechsen sich sechs Mann zu mir und bestellen laut, da kriegen sie mal all drei Bier und zehn Strohhalme. Ich seh schon doppelt und das aus gutem Grund, denn in Eckkneipen geht es nun mal rund. Und jetzt mal alle zusammen. Kreuzberger Nächte sind klang, ist das laut hier, Mann. Kreuzberger Nächte sind klang, der singt gar nicht. Er ist ein ganz neuer Mann, aber dann, aber dann. Jetzt frag mich doch so'n Typ, ob ich studier, ich frag der Wirtschaftspolitik um 70 Uhr. Da sagt er, dass er von der Zeit noch wehrt, und er fährt der Lokalleder. Ein Rettner ruft, die Röder nicht verschämen, ein Röder meint, das läge alles am System. Das ist so krank wie meine Leber, sag ich Barsch, und die 12-Minister-Wahl doch nicht so ganz umsonst. Kreuzberger Nächte sind klang, Kreuzberger Nächte sind klang, Er spankte ganz langsam an, aber dann, aber dann. Und wie immer erscheint dann diese Frau, und bei der sind auch nicht nur die Augen blau. Wir spielen schon wieder nicht. Ich sag, was Spindel, die sind bereits bei dir, in diesem Lied wird auch ganz fein im Halbland hier. Frühmorgens kam ich auf, ich zieh nur 10. Die ganze Welt scheint sich jung mitzudrehen, nur im Magen fühle ich mich nicht so recht, eins von den 30 Dähtchen gestern war wohl schlecht. Und jetzt erst mal, der Stoffe. Kreuzberger Nächte sind klang, Kreuzberger Nächte sind klang, jetzt fangt der ganz langsam an, aber dann, aber dann. Kreuzberger Nächte sind klang, ist ja irre, Kreuzberger Nächte sind klang, die können das, die können das, die können das, die das gehört von. Er ist krank, sie ganz langsam an, doch wir gehen schon mal, aber dann, so wie, so aus, aber dann, Kreuzberger Nächte sind klang, Kreuzberger Nächte sind klang, Mama! Ja? Er ist krank, will ganz langsam an, der Titel ist, flieh zu lang, der ist links beendet, der Klang, Untertitelung des ZDF, 2020